Das erste halbe Jahr ist rum. Wir haben einige Konzerte gegeben, wir haben unsere neue CD draußen. Es ist alles super gelaufen, wir haben eine Menge tolle Leute kennengelernt. Wir können sagen, dass wir glücklicher nicht sein können eigentlich. Aber jetzt ist Zeit uns zurückzuziehen und an neuen Stücken zu arbeiten. Wir haben eine ganze Menge vorbereitet, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben neu komponiert und gemacht und getan. Wir werden euch spätestens im Frühjahr nächsten Jahres das neue Album mit etlichen Stücken vollgepackt in die Ohren haben können. Und wir freuen uns da schon riesig drauf. Und das Beste an der Sache ist, wir stehen in Verhandlungen mit mehreren Plattenfirmen. Wir steigen ein. Wir werden das Ding größer denn je aufziehen. Denn das, was eigentlich als reine Spaß, lockere Spaß Sachen begonnen hat, das habt nicht zuletzt auch ihr uns so gedankt, dass wir gesagt haben, wir legen jetzt noch einen drauf. Wir wollen alles geben, wir wollen präsent sein für euch. Und dementsprechend werden wir richtig Gas geben. Und nur so viel, uns werdet ihr so schnell nicht mehr los. Und wir freuen uns auf die Zukunft und auf alles, was kommt. Und bleibt uns treu. Es wird dieses Jahr noch ein Konzert geben, lokal. Danach werden wir uns aber wirklich zurückziehen und ihr werdet uns bestenfalls nur noch in der Kneipe antreffen. Ansonsten wird nur noch geackert, geackert, um euch das Beste später bieten zu können. Wir sehen uns. Ciao. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020